ja servus leute bei amplifreak 2012 jetzt hier mal wieder ein video wie versprochen haben wir einmal die mini simulator von leslie sander kong von ebenfalls von leslie leslie c-böller und leslie vipers aus dem letzten jahr ich merke gerade rein das lässt die video ich habe mit dem vipers dann die c simulator und zum ende den sander kommt ja ganz okay der weiter noch mal die nächsten hier der war schon besser und geschnipselt hat er auch also ganz okay der war auf jeden fall schon echt gut noch mal den nächsten dafür dass aktuelle war es eigentlich ganz gut für zwischendurch immer auf jeden fall was nettes danke fürs zusehen und zum abschluss der sand immer ein richtig geiles bombenrohr auf jeden fall danke fürs zusehen leute